grüß euch wieder zurück zu h3v r ja jetzt haben wir wieder bei horschuss horschuss sage ich mietgränder wieder team fortress diesmal mit einem akkurateren wk1 so wie wir letztens den breach gemacht haben mit springfield diesmal mit bayonet am end von der letzten folge bevor steam abgeschmiert ist haben wir ja das bayonet ausprobiert das will ich diesmal direkt im nahkampf probieren ich glaube den letzten jahr der schossen ja und dann erst aufgeschmiert so dass bar ist nicht ganz erster weltkrieg aber was willst du machen besser gibt es nichts brenn ist zwar sehr gut ist besser als die bar glaubt es mir 20 schuss und 30 schuss und da muss nicht jedes mal noch nachschargen ein vorteil hat es hat ein switch select hat die zweite weltkriegs version nur die erste weltkriegs version hat einzelschuss und schnelles dauerfeuer diese zweite weltkriegs version hat einzelschuss langsames dauerfeuer und schnelles dauerfeuer und ich habe mich wieder mal ausgetobt mit der mit dem magazine vor sich jetzt seht panzerbrecher antipersonen und 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 die lober strafen das sind nur panzerbrecher sprich führen für springfield schaut kann wieder leider ohne bayonet die lange artillerie luger handgranaten und für der lange artillerie luger habe ich auch wieder so ein mix wieder wie bei der migan bei der c96 ist nur holspitz der hat leider nichts anders schnell feuer schnell feuer alles andere ist nur einzel schuss deswegen auch so viele mit wenn alle mit 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 dings herum rennen ist es ein bisschen wasch ja dann starten wir mal plopp mal ruckel zum anfang ich laufe ich laufe hilfe hilfe ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich mal daß man zu unserem lieblingsplatz genutzt wird die chip schuld Mann, das schreckt mir doch nicht so! Wüßtl! Alter, das war ein Weiterspung! Ah, das ist langsames Dauerfeuer. Vorteil hat's, ich kann einfach nur so dampen. Also wie es brennen. Und wenn auch der ist, das hat nur 20 Schoß. Uh, die sind ganz zart. Scheiße! Ich hab' vergessen zu nachladen! Ich hab' vergessen, das Ding nachzulaufen! Ich hab' vergessen, das Ding nachzulaufen! Schriek gegen Falcons! Leck mich! Arschloch! Jetzt ist er so viel vor... Arschloch! Ihr braucht mich! Schriek gegen Falcons! Arschloch! Ja, ich habe einen Ich habe einen Bajonett, das ist ja möglich Wo ist mein Paar? Da Ich habe einen Bajonett, den ich habe Okay, ich habe einen Bajonett Sonny! Christi! Nein, nicht davonrennen! So, I lost my medical license. So, auf ein neues. Mein Lieblingsplatz. So, in zu. So, auf ein neues. So, Eitan! So, dann erg треть ich! Muchas Karten. Mroge in einerальный Wertwöسing durch Sie々! So, ineinander dieft, Herhalte auf Sie! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.